Willkommen zurück. Du lügst, ich hab dich nicht eingeschlossen. Ich komm aber nicht raus. Ja, das ist doch dein Pech, wenn du nicht rauskommst. Du bist ... Boah, was ist denn da? Was ist denn da passiert? Was? Was ist denn hier los gewesen? Das war echt gut, wir fahren da auch noch mal. Was ist denn da? Oh my god! Will! Geil! Ich weiß das schon. Der andere ist dagegen gefahren. BANZE, wie dumm! Oh Gott! Hallo, wir sind hinter dir. Oh, Sucker! Du gehst nicht rein. Ja. Wie seid ihr so blöd? Boah! Au! Au! Der hört nicht mehr auf zu reden. Irgendwann muss er. Und jetzt! Zünde! Nice! Ei! Super geil! Boah! Aber echt! Boah, der hoch! Oh, der hoch! Oh, der hoch! Das hab ich mir auch bald gedacht. Oh, der lässt dich nicht mehr weg! Ehm. Hhhhhh! M-hmh-hm. Stop the Gotham Car! Hmhmh-mh-hmh-hmh. Geil. Ja, boah, aber es ist ein bisschen blutrünstig. Du brennst. Hey, du hast mich angezündet. Auts. Ich verbrenne gleich. Das ist so schlimm. Das ist ja ein Brezenform. Ah. Weil die angehalten hat, ey. Das ist so schlimm. hehehe heheheheh heheheheh Niiiice Ich denke ja gar nicht dran. Sag mir nicht immer, dass ich meine Car stoppen soll. Boah, hohohoho, boah, da hat ja Spikes. Oh, okay. Au! Shit, ich bin gleich tot. Ah, fuck. Oh, shit. Was? Nimm das denn da. Ja, ich bin gerade dabei. Au. Au! Oh shit, oh shit. Ohohohohohoh! Hahaha! Das ist so lustig! Boah, hier brennt's noch. Geil. Das eine Odo brennt noch und er steht hier davor. Boah. Voll umgefahren. Er steht immer noch unten und weiß nicht was er machen soll. Wie geil. Boah. Gott sei dank bin ich nicht richtig hingefahren. Ja. Wie das aussieht hier. Kommt der Hubschrauben. Boah, das Feuer, das fällt mich fast. Ja, ich hab's gesehen. Es wäre ganz cool, wenn ich mal ein bissl einkaufen könnte wieder. Schnecks und so. Ich hab aber auch nicht mehr viel. Boah, der steht auf den Schienen. Sagst du mir Asshole. Seid ihr dumm. Schiit, 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 schiit. Ich glaub die kommen wieder ab. Sportler. Oh. Ah, der fährt aber nicht. Doch jetzt. Schiit. Nein, da kommt der Tunnel rein. Ach du Scheiße. Oh, jetzt kommt der Zug. Oh, Scheiße. Ja. Oh, hinter mir ist der Zug. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Holy shit. Oh Gott. Hinter mir kommt der Zug. Ah, der steht sich auf dem Bahnübergang hier mitten im Weg. Ah. Ich hab was wegfliegen sehen. Ah. Ah. Nein, ich will mein Wehkel nicht stoppen. Lass mich. Nein. 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 Ich hasse diese Spezialeinheits-Dingens da. Fucking hell. Nein. Ah, Scheiße. Fahr zu. Nein. Ich will folgend schregen. Mhm. Für mich keiner, obwohl ich drei stehen. Wir sind jetzt auf mich fixiert. Ja. Das leichtere Ziel. Mit meinem niedrigen Level. Nein. 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 Ja, ich weiß. Ich muss, wie gesagt, schauen, wo ich runterkomme. Einigermaßen. Ah, hier. Oh, wie der Arsch, wie die ganzen Löcher. Das ist voll im vierten Stück und das ist auch so. Fahren wir mal wieder Richtung Innestadt. Jetzt gehst du erstmal innen hoch an. Plötzlich geht die Tür auf. Geil, wie das aussah. Wer fährt denn der? Der fährt auf der falschen Seite. Ups, warum hab ich einen Stern? Was hast du gemacht? Ich hab nur gegen die Eingangstür geschlagen. Ach du Scheiße, ich glaub mit dem Motorrad ist das keine gute Idee. Shit. Ich glaub so kommen wir nämlich nicht weit. Aua! Shit, ach nein, 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 nein. Scheiße, nein, jetzt sterb ich gleich noch wieder. Ah fuck! Nein, ich hab's gewusst. Boah. Das gibt's doch nicht, ich war um die Ecke. Dabei hast du nicht mal was gemacht. Oh, das ist gemein. Warum machst du solche Sachen, Babas? Ich hab grad mein Geld eingezahlt und alles an. Vorsicht, ich hab meine noch. Oh. Boah, jetzt liegen sie da. Wie das aussieht. Ich lauf hier bloß rum. Halt dein Maul, du Arschloch. Hahahaha. Halt dein Maul, du... Jetzt geh ich einkaufen. Jetzt bin ich traurig. Ach scheiße, das ist jetzt zu... Verdammt. ... Bill. ... ...